Hey Leute, willkommen zu einem Video zu Brawl Stars. Wenn wir heute mit Buzz freispielen, den Krokodil-Dino, was noch ganz gutes Timing ist, weil wer den Brawl Talk gestern gesehen hat, der weiß, dass zu Buzz was Besonderes passiert. Hyperladung kriegen jetzt bald Skins und Buzz wird der erste Brawler sein, der einen Hyperladung-Skin kriegt. Das heißt, wenn du die Hyperladung aktivierst, dann kann der sich verwandeln in so einen Godzilla. Kann man sich aber, denke ich mal, noch extra kaufen. Aber es wird Sinn machen, dann für die nächsten Monate Buzz auf maximalen Level zu haben. Und deswegen nehme ich mir mal hier die Quirals mit und habe jetzt Buzz freigespielt. Sehr gut. Muss man natürlich auch noch gucken, ob er mir überhaupt gefällt. Ich mache mal Steamwalking. Bei Buzz habe ich ja auch schon direkt 30 Skins hier durchgekriegt. Ich will Buzz jetzt noch nicht komplett hochleveln, aber zumindest so auf die Reichweite, dass ich ihn gettet holen kann, mache ich schon. Neue Brawler fände ich vielleicht spannender oder eine Hyperladung. Naja, also ich will jetzt erstmal nicht all-in gehen in Buzz. Ich habe das Gefühl, das wäre vielleicht nicht das Klügste. Füllt die Super-Skill-Leiste sofort auf, aber der nächste Torpedo-Wurf betäubt Gegner nicht. Was? Kann 12 Sekunden lang alle Büsche sehen, die sich in den Bereich befinden, in dem sein Super-Skill aufgelandet wird. Ich werde safe das Fall schulden. Also sein Super-Skill lädt sich auch auf, wenn Gegner in der Nähe sind. Beim Super zieht er sich ein Gegner dran und betäubt die. Und je weiter du weg stehst, desto länger sind die betäubt. Netzt sich aber auch recht schon auf, der Angriff. Ey, muss man mal gucken. Ich habe ja eigentlich für mich gesagt, dass ich nicht mehr Nahkämpfer-Suffer spielen möchte. Aber wenn der cool ist, warum nicht? So. Oh, das hätte wirklich eine gute Reichweite. Oh, ich ziehe mich da... Oh. Okay. Habe ich vergessen? Ich kann mich auch an Wänden dran ziehen. Okay, das ist ganz lustig. Ich kann mich einfach daneben zielen. Die erste Runde ist ja immer... Ja, ist die erste Runde. Ist okay. Gut. Welches Gadget soll ich da mitnehmen? Das finde ich halt wirklich schwer. Oh, der ist mythisch geworden. Uh, ein Bonnie-Skin. Fußball Bonnie. Das ist aber wiederum ziemlich sinnlos. Was habe ich davon? Der macht das wahrscheinlich einfach fürs Movement Sinn. Die Mindestdauer von Buzz-Super-Skill-Betäubung wird um 0,5 Sekunden verlängert. Das heißt, auch ein Close-Range kann ich Gegner länger betäuben. Wird gar nicht schlecht. Es ist auch nicht schlecht, dass der Bereich einfach größer ist. Ich weiß nicht genau, was ich mir holen soll. Übrigens, Fun Fact. Im World Talk gestern wurden auch zwei Hyper-Ladungen angeteasert. Also, man weiß nicht, ob die jetzt im nächsten Update reinkommen oder im übernächsten. Aber es scheint wohl so zu sein, dass Frank und Barley auch eine Hyper-Ladung kriegen. Die wurden halt nicht im Video gezeigt. Deswegen gehe ich davon aus, dass die im übernächsten Update dann reinkommen. Also, die Brawler, die im nächsten Update eine Hyper-Ladung kriegen, ist ja schon bekannt gegeben worden. Das ist jetzt hier keine große Überraschung, wer das ist. Unter anderem halt Brock. Weiß ich aus dem Kopf. Die Max kriegt eine. Sandy kriegt eine. Tick kriegt eine. Betäubung. Gene. Habe ich schon Gene gesagt? Max. Also eine Menge. Betäubung. Die Betäubung ist echt krass. Letzten Gegner zu suchen ist ein bisschen nervig. Okay, die Betäubung ist so krass. Na gut, ich mache jetzt kurz ein paar Bot-Runden. Ich hole euch gleich wieder, wenn ich so bei 130, 140 bin. Okay, ich bin jetzt bei 80 Trophäen. Und ich hatte jetzt aber drei Runden nacheinander echte Lobbys. Also, 200% echte Lobbys. Ich hole mal kurz hier eine Kiste ab. Uh! Wieder mythisch. Lol, was ist denn jetzt los? Lua richtet ein Schild aus Eis, der ihn für eine Sekunde unverwundbar macht. In einer Minute switcht das und ich habe genau einen Sieg zu wenig. Okay, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Gib mal hier oben die... Ärgerlich, aber zweimal mythisch nacheinander ist krass. So, drei, zwei, eins und... Jo, okay. Wie ich es noch nicht gesagt habe, ihr könnt übrigens nochmal sehr gerne ein Abo da lassen. Und die helft der Zuschauer von diesem Video. Haben die mich überhaupt dominiert. Allein für den Movement Speed ist es doch eigentlich ein großer Vorteil. Ganz ehrlich, scheiße, aber ich hole einfach mal das. So, könnt ihr erzählen, was ihr wollt? Ich will den Movement Speed. Gib mal das normale Brawl Ball. Ne, ich gucke mir den jetzt mal ganz entspannt in jeden Spielmodus an. Und am Ende entscheide ich dann, okay, ist das überhaupt ein Brawler, den ich auf Level 11 bringen will? Den ich eine Hyperladung holen will? Den ich auch dann den Hyperladungsskin holen will? Weil das kostet ja alles. Also für mich, best case, kann ich eine Hyperladungsskin mit echten Geld kaufen. Auch wenn es ein komischer Take ist. Aber echtes Geld habe ich mehr als ich Münzen habe. Das ist kein Flex einfach. Das ist einfach die Realität. Ich bin dumm gestorben. Ich hätte vielleicht direkt am Anfang mein Gadget aktivieren sollen. Ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt aktiviere ich das nicht. Ich bin halb aufgeladen. Jetzt muss... Ah, scheiß drauf. Ah, scheiß drauf. Mach mal immer da den Kill. Oh! Was ist das? Woher wusste sie perfekt, dass ich das... Ach, das ist so nervig. Ich bin bei 80 Trophäen und irgendwie 600 Trophäen. Das sind dieselben Lobbys. Okay, was mich an ihm ein bisschen stört ist, er ist ein Ticken zu langsam. Ich habe es auch in Solo schon jetzt zwei, dreimal gehabt. Dass ich so ein Zentimeter hinter dem Gegner bin und einfach den Gegner hinterher gerannt bin und den ich eingeholt habe. Und hatte ich jetzt mehrmals... Die ist einfach so ready dafür, um auszuweichen, ne? Normalste 80 Trophäen-Spiele. Ey, ganz ehrlich, mit 80 Trophäen die Awareness zu haben, auszuweichen, mit einem Brawler, den du erst drei Runden gespielt hast, ist egal, dass ich im Gift stehe, weil ich habe den gekillt. So, super wieder aufgeladen. So, jetzt habe ich dich. Jetzt kannst du mal nicht abhauen, ne? Also, sie ist trotzdem noch gehauen. Dann muss ich trotzdem zuhause. Let's go. Also, ohne das Super halte ich gar nicht so viel von ihnen, ehrlich gesagt. Bleibt der Lauf bestehen? Okay, der Lauf bleibt nicht bestehen, aber war eh zu krank. Zweimal mythisch nacheinander ist insane. Wenn ich mich ranziehe, die Gegner ein bisschen treffe, kriege ich ja auch schon wieder danach das Super. Also, ich hole mir das Erste. Und ich habe ihn jetzt wirklich hoch, Level 9. So, Ultra für Geld ausgegeben. Ja, ist egal. Ist egal, nehmen wir mit. Naja, vielleicht habe ich doppelt falsch geholt, aber ist mir egal. 10.000 Münzen habe ich noch, das ist noch okay. Zumindest, wenn du vier Jahre Pause gemacht hast und einfach eine riesige Lücke hast, weil ich muss jetzt hier aufholen, ne? Und das Aufholen ist gar nicht so easy. Super ist jetzt ja schon aufgeladen. Also, es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie falsch war. Also, Super ist am Start. Hallo? Einfach das Handy am Morgen. Okay, super, wieder aufgeladen. Oh Gott. Ah, nein. Ich habe blind gezielt. Okay. Okay, ich muss mal ein bisschen mehr IQ einsetzen in meiner Aktion. Beide betäubt, beide betäubt, beide betäubt. Let's go, Double Kill. Trilliger Double Kill. Sandy wird gemobbt. Hoch. Da rein. Okay, wir sind on fire. Ah, ha. Nie. Okay. Könnte mal problematisch werden für eine halbe Sekunde, aber ich... Ja. Sehr gut. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich würde sagen, es gibt zwei Spielstile mit Bass. Einmal halt abwartend und dann halt den Kreis nutzen. Und dann einmal diese Kamikaze Nummer, die ich jetzt mache. Ami, der Schaden war da. 25% Schaden am Turm gemacht. Plus Tara noch fast gekillt. Ich habe irgendwie alle Angriffe gefammelt, aber ist egal. Ist egal, ist in Ordnung. Also es war super dumm, aber ist in Ordnung. Wir hatten ein Superman ein bisschen auf. Auch jetzt das Richtige, super, was eine Betäubung hat. Und wir sind dran, wir kochen. So, ich heilte jetzt ein bisschen. Betäubung, sobald es geht. Oh, ich habe mich feiert. Wie... Alter, wie kann ich... Wie konnte ich das rufen? Okay, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Tresorov entwickelt sich echt immer mehr zu meinem Lieblingsmodus. Alter, da sind viele Wände. Ich weiß nicht, wie gut das da ist. Aber man könnte auch kochen. Vielleicht sogar mit einem coolen Überraschungs... Okay, ich versuche mal jetzt... Ich mache jetzt mal was Dummes. Und zwar setze ich mein Gadget ein, gehe links in den Butsch und dash mich einfach zu früh nach oben. Die Chance besteht, dass das ein Gegner überrascht. Gegner haben zwei Fernkämpfer. Und ich gehe rechts in den Butsch. So, und jetzt Überraschung. Ich habe keinen getroffen. Okay, fantastisch. Gut. Aber, okay. Aber habt ihr das gesehen? Ich war so ein Schritt hinterher. Und wenn ich ein Schritt schneller gewesen wäre, das wäre ein Kill gewesen. Oh, die sind weiter auf einen Haufen. Let's go. Okay, den kurz nicht kill, 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 nicht kill. So. Hättest du... Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Hättest du nicht eine Millisekunde warten können? Und der Nita-König hat auch keine Königs-Sachen gemacht. Okay, der andere hat das... Okay, dann will ich nicht gesagt haben. Leon kann hate. Ja, der ist gut, der ist gut. Du kannst Gegner überraschen. So, ein schnelles Plus nimmt man mit. Ich meine, ich habe jetzt auch noch einen Start-Warp gekriegt. Den nimmt man auch in der Regel mit. Episch. Also, die sind heute voll gut, die Start-Waps. Das Problem bei allen gegen einen ist, ich wäre gerne der Große, aber es ist ja nicht garantiert. Und es wäre mir zu viel Risiko. Ich gehe mal nach Roll-Wall. Frage zum Matchmaking. Warum habe ich überhaupt jemanden in meinem Team, der 2000 Gesamt-Trophäen hat? Ich dachte, das richtet sich nach den Gesamt-Trophäen. Das ist ja irgendwie Blödsinn, oder? Meint ihr nicht auch? Ja, ich dash mir einfach mal rein. Ich meine, ich bin gestorben, aber ich habe viel Schaden gemacht. Das ist sogar ein Tor. Ja, nice. Genauso, nur noch schlimmer. Betäubung nochmal, die Betäubung ist länger. Er ist übertrieben gut in 5-5 eigentlich, ne? Weil ich ja die ganze Zeit meinen Super aufladen kann, weil da 30 Gegner sind, wo ich drinstehe. Oh, das ist ein bisschen, das ist, ja, das war ein bisschen wild. Das war ein bisschen. Ich hatte nur 4000 Leben. Da kann man sich schon mal andere Gegner reindischen, ne? 2-0 ist in Ordnung. Was gibt's bei... Oh, bei 30.000 gibt's einen legendären Star-Drop. Gibt's eine Ausrüstung, die den vielleicht schneller macht? Ne, ne? Gut, mit einem Gadget kann man das super dann gut einsetzen. Aber wenn das super mal nicht klappt, hast du nichts im Köcher. Aber du hast halt nichts außer den Super. Was ist im Grunde? Nur eine Super-Fabrik, der das super spammt und ansonsten nichts kann. Ich könnte mein... Oh, die Kirchstabrik. Ich könnte jetzt mein Gadget aktiviert mich hochziehen wollen. Los. Okay. Ich wollte's machen, aber war jetzt gar nicht nötig. Schau drauf. Hä? Ey, das ist auch so geisteskrank. Ich bin bei 100 Trophäen. Und die Gegner... Also, sie kann das, klar. Du bist bei 100 Trophäen. Du solltest das Timing noch nicht perfekt raushaben. 100 Trophäen, das heißt, sie hat irgendwie 10 Runden gespielt. In 10 Runden hast du auch noch nicht oft die Situation gehabt, dass ein Bass dich anspringt und du genau ausweichen musst. Aber sie hat es einfach perfekt hingekriegt jedes Mal. Das ist ein bisschen frustrierend. Ne, also das Gegner ist generell können. Klar, sag ich nichts gegen. Aber das Gegner ist auf diesem Kack-Niveau schon so stabil können. Angelo, was ist deine Mission? Du wirst schon mal eine Super aufladen. Oh. Kurelius, du bist tot. Rache für die Willow-Eben, die so krass gedodged ist. Digga, du bist eingesperrt mit mir! Oh! Die können alle perfekt den Konter! Der Gerl nervt mich am meisten. Ich muss mich nochmal rächen. Dass er mich weggeheatet hat. Er hat immer sein Super. Weil er heatet mich dann wieder weg. Das will ich nicht. Also ich will es... Was krank ist. Sonst, wenn ich Bass zugucke, ist der sehr, 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 sehr effektiv mit seinen Super. Aber jetzt, wo ich das mal selber habe, werde ich die ganze Zeit gekontert. So, er hat es jetzt nicht. Er hat es jetzt nicht. So. So. Und wo ist die letzte? Da vorne recht. Oh. Okay. Als Gast kannst du halt da nichts machen im 1-K-1. Wir haben aber hier oben jetzt noch ein paar Münzen. 300. Nimm mal mit. So. Und letzte Runde ist die Uncut-Runde. Und ich würde sagen, wir gehen nach Knockout. Weil da habe ich noch eine Wiedergutmachung. Ich mache zum... Die ist jetzt Uncut-Runde. Aber danach mache ich einmal kurz den Einer-gegen-alle-Modus. Und ich hoffe, ich bin der Große. Aber es wird nicht passieren. Na, da ist die Fallhöhe einfach zu hoch. Ach. Komm, ich mache den Move. Ich finde den gar nicht schlecht, den Move. Ich finde den... Okay. Aber hätte er getroffen, Gast wäre tot gewesen. Keks übrigens auch jetzt tot. Ja, actually. Sehr gut. Ist gut aufgegangen alles. Oh, was war das denn? Was war das für ein Schweinchen auf dem Boden? Wusste ich... Also... Ich wusste nicht, dass er das kann. Ich würde jetzt ungern Supern, deswegen... Glaube ich einfach mal... Okay, sehr gut. So, und jetzt das Super ist das Gefährliche. Jetzt ist der Betäubungseffekt da. Gegner haben auch keinen... Doch, die Gegner hätten Counter. Die Keksfabrik könnte das Kontern. Aber ansonsten sind wir... Oh, da ist... Da ist ja sogar einer gewesen. Nämlich gefragt... Okay, warum hat das jetzt betäubt? Da war einfach einer. Ja, Gast, sorry. Kein Hate, aber ich glaube, du hast keinen Schwuchs. Das war jetzt eine schnelle Nummer. Jetzt tut mir leid, Gast. Na, wiedersehen. Okay, das war jetzt sehr schnell und easy. War ein bisschen lucky, dass ich... ...einbetäubt habe. Das war so ein Star-Drop. Der geht hoch. Geht hier nochmal hoch? Nee. Aber ich hatte heute schon Ultra-Glück mit denen. Also beschwere ich mich nicht. Powerpunkte. Ich habe das damals auch gehabt, dass ich immer der Kleine war. Man müsste ja meinen, die Quote ist gar nicht so schlecht, der Große zu sein. Aber ich habe da einfach kein Glück in diesem Modus. Und vielleicht einmal war ich der Große. Vielleicht. Ne, war ich jetzt wieder nicht. Aber der Modus generell ist ganz gut, dass es halt einen riesigen und die anderen müssen den in der Zeit killen. Der Große muss sich auch noch verstecken. Und ich weiß gar nicht, wie gut der Wurm-Dino ist in diesem Modus. Sehr interessant ist halt Cordelius meiner Meinung nach, weil der einfach halt das Portal machen kann und dann im Shadow Willen ein bisschen wegrennt. Betäubung. Er kommt wieder mit... Er kommt... Okay, never mind. Ich will nichts gesagt haben. Er kommt wieder mit 100% Leben. Ist das goofy. Ist das goofy für den Modus. Ich meine, wir haben es trotzdem noch was geholt. Das ist lustig. Shoutout. Ich würde sagen, Leute. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Ich bin noch skeptisch, ob das ein Roller für mich ist. Aber da kommt jetzt halt was rein ins Spiel, was man sich als Content Creator angucken muss. Deswegen muss ich ihn hochleveln. Tipps, gerne in die Kommentare. Ich würde aber sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Bis dahin. Und ciao. Ciao.